Das nächste Lied ist ein bisschen biografisch angekauft, aber ich hoffe, ihr könnt euch da reinfinden, denn ich glaube, jeder denkt sich mal einfach, eigentlich kann es so einfach sein und man macht es sich doch so schwer. So einfach heißt das Lied. Vor einem Jahr wollte ich ein fleißiger Student sein, doch dieser Plan sollte nur Plan den Moment sein, denn oft lieber wollte ich wieder einer Band sein und dann doch lieber wieder Solo mit dem Instrument sein, denn ein klares Ziel war für mich leider nicht erkennbar, einfach nur raus hier, aber weiter nicht benennbar. Deshalb ist an der Zeit, dass ich das endlich ändere, schreibe wieder für die Menschen und bring sie in andere Länder. Und ich frage dich, wirst du mich und mein Instrument begeiten? Die Musik wird unser Kompass sein und uns den Weg bereiten, wir uns leiten. Manchmal lauter, manchmal leise, wenn auch diese Weise machen du und ich uns auf die Reise. Voller Tatendrang und ohne Angst zu scheitern, fühlst du keine unserer Pfaden an, mal irgendwie zu weinern. Denn dagegen ist das Ziel, vielleicht kommen wir mal an und lassen uns nie da. Es könnte doch so einfach sein, von deinen sieben Sachen und komm her zu mir. Es könnte doch so einfach sein, sind zwei zu sagen, wir sind erstmal fern von ihr. Es könnte doch so einfach sein. Warum sind wir denn eigentlich noch hegel? Was interessieren mich die Lücken in meinem Lebenslauf, wenn ich am Ende auf ein lückenloses Leben schau? Ich dachte schon, wir werden lücklos und vergebens auf, werfen die Träume weg und nehmen die Karrieren auf. Was interessieren mich die Lücken in meinem Lebenslauf, wenn ich am Ende auf ein lückenloses Leben schau? Oh 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 Es könnte doch so einfach sein, zu zweit zu sagen, wie es im ersten Mal fern von mir. Es könnte doch so einfach sein, warum sind wir denn eigentlich auch hier? Was interessiert mich, die Wirkung in meinem Lebenslauf, wenn ich am Ende auf mein Leben los ins Ende schaue. So einfach sein, so einfach sein, zu zweit zu sagen, wie es im ersten Mal fern von mir. Es könnte doch so einfach sein, warum sind wir denn eigentlich auch hier? Was interessieren mich, die Lücken in meinem Lebenslauf, wenn ich am Ende auf mein lückenloses Leben schaue. Vielen Dank.